Hallöchen, ihr Lieben! Herzlich Willkommen zu Endlich geht's mal wieder weiter mit Let's Hacks Harry Potter und so. Ich habe schon letztens ein Bulletin rausgehauen. Ja, naja. Das tut mir auf jeden Fall sehr leid und so. Aber, naja, manchmal kann man halt nicht so wie man möchte. Ich muss da? Wo muss ich denn jetzt hin? Da ist der Pfeil geht nach da. Hallo, du Geist. Flieg mal vor. Du, kleiner... Danke, Herr Geist. Das finde ich sehr nett, dass du... Hallo, ihr. Oh mein Gott, ist das laut. Hilfe. Oh mein Gott, es ist so laut. Immer den, nicht der Nase nach, sondern dem Geist nach. Hier mal ein paar Pünktchen. Äh, ja. Blubi, 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 blubi! Bleigal. So, ähm. Da runter. Zum Herr Geist. Ja, Geist, wo willst du hin? Hallo? Hallo? Da rein? Nee. Da? Ich dachte jetzt gerade schon, so eine Verarsche, hier ist schon wieder dasselbe. Kann ich hier was trinken? Blub, 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 blub. Ich dachte schon, ich muss das eine nochmal machen, was ich letztens ja schon einmal machen musste. Jetzt bin ich da mega stark und so. Ähm, hier ist die Brücke. Ach, da kann ich doch theoretisch hoch. Ähm. Habe ich mein Besen nicht dabei? Naja, okay. Dann halt nicht. Dup, 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 durch die Geisterpunkte. Wovon müssen wir denn jetzt? Hey, Geist? Wohin? Ach, runter zu Hagrid. Okay. Wee! Komm, wir tun die harten Kekse essen von Hagrid. Hallo, Hagrid! Hallo! So, jetzt? Was kommt jetzt? Oh mein Gott! Ein Einhorn! Und ein Miss Chessie! Was geht? Ein Hondi! Oh, das ist doch total Miss Chessie-mäßig! Ein Hondi und ein Einhorn! Los, hol den bösen Slither hin! Das weg davon! Oh, ich hab sie alles... Ohohohoh, Hondi! Schnell, komm mit! Ne, jetzt müssen sie... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Es kommt jetzt wohl! Oh mein Gott! Pass auf Miss Chessie! Da ist ein böses irgendwas! Raketen! Und Feuerwerk! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich kann nur ein Roki spielen! Wow, ich bin ein Roki! 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 Oh mein Gott! Ah, Hilfe! Hilfe, der Biele! Ah! Oh mein Gott! Ah, da kommt nicht nachemburt! Oh mein Gott! Ah, da kommt nicht nachdem! Ah! 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 Hilfe! Oh mein Gott! Schon wieder so eine Biele! Weg, weg, weg! Hilfe! Ich hab Angst vor dem Ding! Mach das Ding kaputt! Nein! Nein! Gepäck! 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 Ah, schön! Jetzt ist das Ding kaputt! Wingardium Liviosa! So! Oh mein Gott! So ein Stress! Oh mein Gott! Was ist das? Einer hat Angst! Wingardium Liviosa! Los! Geht's hier um Zeit? Ich weiß es gerade nicht. Ah ja. Irgendwie ist der Sound hier gerade komisch. Kann ich hier noch irgendwas machen? Hm. Oh, hier! Ist das so komisch schluckig? Es macht nur komische leise Geräusche. Okay. Oh, da brauch ich jetzt das B. Okay. Irgendwie sind die Sounds gerade echt merkwürdig. Hm. Okay. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Oh, hier glaub ich kann... Oh. Hier tun wir erstmal helfen. So. Lass da mal los. Oh! Oh, der! Warte! Was macht hier eigentlich denn so ein Schüler so mitten im Wald? Hat er denn nicht gehört, dass man hier nicht draußen rumspringen soll? Na, 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 na. Irgendwie... Ja, ja. Ähm. Fang! Komm! Mach! 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 Ja, jetzt muss ich da drückt halten. Um das Miss Jessie Wow Wow zu betätigen. Oh, ist das süß! Oh mein Gott! Ich bin so süß! Oh mein Gott! 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 Der ist schon wieder so ein böser Baum! Oh! Ich hab Angst! Ich hab Angst! Ich hab Angst! Oh mein Gott! Ich hab nur Schabernack! Egal! Ähm. 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 Komische... Die Sounds sind gerade echt merkwürdig. Ich weiß nicht, was hier los ist. Irgendwie... Ist das nicht direkt bei meinen Kopfhörern oder so? Ähm. Ähm. Oh, jetzt hätte ich da oben was kaputt gemacht. Das ist natürlich eher schlecht. So. Vegardium Leviosa oder Lumos oder Licht irgendwas. So. Kommt jetzt... Oh! Oh mein Gott! Eine Spinne oder so! Ah! Die beiden sind komische Dinger. Los! Geht er weg! Lass mich in Ruhe! Hilfe! So. Ah! Sag mal! Ne? Jetzt reicht's aber hier. So. Da muss jetzt Hundi gleich wieder ran. Aber erstmal... Weg! Weg! Lasst mich da durch! Ihr Bösen ranken! Ihr seid so böse und trausam! Ähm. Hab ich erst gesehen meinen Mund abgeschossen? Ups. Das sah. Das wollte ich natürlich nicht. Ich hab jetzt irgendwie echt nur die Eierngeräusche gerade. So. Hundi! 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 Da ist Hundi! Hundi! Grab hier mal! Los! Was? Nichts! Gras ist aus! Yay! Fang! Oh! Es ist so niedlich! Kannst du hier was graben? Nein! Und hier? Nein! Kannst du irgendwo noch hier was graben? Hier vielleicht? Oder... Nein! Hier! Was war denn? Wieso? Ui! Ne! Da komm ich nicht hin! Oh! Der kann da oben? Ähm. 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 Wie... Was kann man denn damit echt? Was brauch ich diese komische Armbrust? Na ja. Gut. Na ja. Gut. Kann ich mal das da? Ach. Ist das wieder so eine coole Beute? Oh! Pumke! Mein Gott! Hilfe! Oh cool! Ein Baumhaus! Ist ja auch cool! Was ist Hundi? Hundi! Was ist los? Hast du Angst? Arm ist Hundi! Oh! Oh! Unsere Hundi hat Angst. Ups! So. Dann klettern wir hier mal hoch. Okay. Und sollten auch oben bleiben, wenn wir oben sind. Oh! Oh! Okay. Kriege ich die jetzt hier hoch? Okay. Hm. Mach mal mal die Beute. Hm. Hm.